Rindler, wenn der mit Österreich, unser Jan Julian, ebenfalls schon 40 Fahrsekunden unterwegs ist, und der für Riesdorf wird ebenfalls schon gestartet. Beides junge Österreicher, die wollen sich jetzt hier im zweiten Durchgang mützen, und bereits im unteren Bereich des Laufs ist, und im Ziel, der Jan Julian, gesamte 1,54, 54. Und im oberen Teil sehen wir bereits der Rosler, das ist der nächste Läufer, den du wirst mal oben sehen, in den jungen Slowenien, und herunten ist die Bratmar von Christoph, ja, Christoph, ja, ihr seht mich schon ganz hier aus, ist schon da bei uns, und geht durch.